Hey! Denkst du über eine Karriere als Industriemechanikerin oder Industriemechaniker nach? Weißt aber nicht wo. Wie wäre es denn in der Pharmaindustrie bei Berlin Chemie? Hä? Wie jetzt Pharma? Klar, früher hat er hier mit Hilfe von dem und dem das hier gemacht. Aber heute werden Medikamente mit denen hier produziert. Was dich als Industriemechanikerin oder Industriemechaniker zu einem wesentlichen Teil des Entstehungsprozesses macht. Du bist dabei für die Inspektion, Wartung und Reparatur der Produktionsmaschinen auf dem ganzen Firmengelände zuständig. Genau hier. Was du dafür wissen musst, das lernst du hier. In der modernen Lehrwerkstatt lernst du technisches Zeichnen, Werkstoffkunde und Steuerungstechnik. Außerdem das hier. Das und dieses. Mit diesem Wissen gewappnet, findest du dann kreative Lösungen für Probleme und sorgst dafür, dass die Produktion wie am Schnürchen läuft und kranke Menschen an die für sie wichtigen Medikamente kommen. Und da es sich ja um Tabletten, Dragees, Kapseln, Zäpfchen, Säfte oder Tropfen handelt, lernst du in deiner Ausbildung bei Berlin Chemie, welche spezifischen Hygiene- und Reinheitsvorschriften in der Pharmazie zu beachten sind. Also wir fassen noch einmal zusammen. Als Industriemechaniker oder Industriemechanikerin arbeitest du bei Berlin Chemie in einem verantwortungsvollen Job, für den du viel Köpfchen, aber auch Freude an dem hier und etwas von dem hier brauchst. Und wie du da hinkommst? Wenn du gut in Mathe und Physik und Technik bist und außerdem gerne Teil eines traditionsreichen Familienunternehmens werden willst, dann bewirb dich doch einfach jetzt. Tschüss und bis bald! Tschüss und bis bald!